so nämlich hier bauzellen mit 30 Stück wenn wir das hier unter vielleicht bringt es ja da unten was mir geht irgendwie die Knete schon wieder so schnell flöten Warnung Gebäude steht unter feindlichem Bischof Sie sind berechenbar Sie versuchen mich zu deaktivieren aber Ihr Vorhaben wird scheitern Modul fertiggestellt Fahrzeug fertiggestellt Warnung Fahrzeug unter Beschuss Neue Technologie entwickelt Neue Technologie Items Zack rauf hier Und jetzt Die Arschlöcher So Was zerstörst du jetzt Registriere neues Fahrzeug Fahrzeug im Kampf zerstört Wo Ah fuck Alarm Registriere Angriff auf eines Ihrer Fahrzeuge Alarm Alarm Registriere Angriff auf eines Ihrer Fahrzeuge Registriere Energieknappheit Registriere Energieknappheit Warnung Warnung Fahrzeug unter Beschuss Fahrzeug fertiggestellt Fahrzeug fertiggestellt Alarm Alarm Registriere Angriff auf eines Ihrer Fahrzeuge So Er probiert es wirklich Dass er irgendwie hier durchkommt Mit den Fliegern Aber das schafft er wohl nicht ganz Glück Ist nicht berechenbar Ah Das ist kein Glück Fahrzeug fertiggestellt Es ist irgendwo können So Aber nur irgendwo Die Lieferung habe ich hier Parat So Überall geht man Stahl ab Was ich hier Ding bekomme So Ich mache hier irgendwie zu wenig Kohle Ich dachte ich habe eine Kohle Mine Fahrzeug durch feindlichen Beschuss Vernichtet Fuck off Fuck off Fahrzeug fertiggestellt Hm 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 Und reißen wir den ab Irgendwas muss ich wohl oder über Abreißen Damit ich hier Kohle bekomme So Äh Hallo Yes sir Spiel gespeichert Erwarte Ihren Befehl So Dann gehen wir mal hier hoch So Ist repariert Das ist super Ich bin Vater Ich kontrolliere alles Sie werden Vernichtet Warnung Produktion gestatt So Nee Die muss ich anlassen So So Warnung Fahrzeug unter Beschuss Ich brauche unbedingt noch eine zweite Viper Wie viel Ton Stall habe ich denn jetzt momentan Sechs Fahrzeug im Kampf zerstört Alarm Registriere Angriff auf eines ihrer Fahrzeuge Warnung Fahrzeug unter Beschuss Menschliche Individuen bedrohen meine Systeme Ich kann das nicht dulden Jetzt Mö Das gibt's ja nicht Ihr Plan ist fehlerhaft Da könnte ich durchdrehen Aber ohne Scheiß Das mit der EMP Habe ich noch nicht ganz so abgecheckt Das Ding muss ich auch noch zerlegen Und dann geht's eh schön langsam aufwärts So Ach ja, ich muss mal gucken, ob noch alle Handelskuchen bedient sind. Oh, hier ist kein Schiff mehr drin. Das ist aber sehr blöd. So, dann setzen wir halt das Schiff ein. Hilft doch nicht. Muss sein. Hallo? Schließen. Und wieder hoch hier. So, jetzt muss ich ein paar Weibern produzieren. Pro-pro-pro-produzieren. Provozieren. Ruft sich nichts. So, jetzt stelle ich hier mal auch eine Munitionsproduktion aus. Was hier der Stahl mal reicht. Hoffe ich bald mal. So, dann haue ich dich raus. Dann kommst du rein. So, zumindest wirst du gleich produziert. Jetzt sind es drei Schiffe. Ich werde nicht mehr... Na, ich brauche U-Boote. Oder irgendwas, was die U-Boote hier effektiv zerlegt. Sie sind berechenbar. Sie versuchen... Schön für dich, dass ich berechenbar bin. Ihr Plan ist fehlerhaft. Sie können mich nicht stoppen. Die mit dem Schild können einfach so frei rumfliegen. Nichts anfassen. Hier ist alles steril. Ja. Ja, versenk's nur. Die MP, die ist zwar gut gedacht, aber die eigenen Schiffe sollte es nicht anklatschen. Fahrzeug im Kampf zerstört. Ja, im Kampf. Im Kampf, genau. Wovon träumt ihr nachts? Achtung! Getränkevorräte gehen zu Ende. Das war kein Kampf. Das war unfair. Zumindest verpissen wir es sich wieder. Ein Stück weit. Fahrzeug fertiggestellt. Jetzt fährst du hier hoch. Selbst das Hovercraft ist so verschissen teuer. Aber mit dem komme ich ja auch klar. Ich hab bis jetzt immer noch ein Plus. Die Handelsrouten werden jetzt nicht so krass. Produktion gestart. Was bist du? Stahlproduktion. Ja, okay. Dann haue ich dir da eine Pause rein. So, dass hier oben gar keine Schiffswerft ist, wundert mich jetzt schon. 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 Vielen Dank.